Und schnappt euch die Relikte. Niemals darf euch da sein. Obwohl ihr die schon seit Ewigkeiten so macht. Ja, kann ja auch mal passieren. Nein, ich dachte ich komme da noch hin. Scheiße. So, ja, wir sind wieder unterwegs in Destiny. PvP spielen nochmal Bergung hier. Und ich werde mal versuchen die beiden Lümmel da von hinten zu nehmen. Also, ihr wisst, was ich meine. Ach, du Sackgesicht. Ey, ich ballere deine mal. Dreimal im Jahr. Zu Weihnachten, Geburtstag und Ostern. So. Nein. So. Ey. Ganz ruhig da unten. Oh, auf den billigen Plätzen. Jetzt, äh, jetzt mach den doch mal weg da. Wollte mich beide verarschen, oder wat? Hallo. Hey, hier kannst du mich nicht wegsnipen, du Sack. Da. Ja, ist mir egal. Komm, komm, schneller. Schneller! Jawohl. Aber wir haben sie online. Und er macht... Was macht der denn da? Boah, du standst mit der Shotgun neben ihn und hast sie nicht getötet. Und der Typ hat dich nicht mal gesehen. Der stand da einfach nur. Er ist nicht mal ausgewichen oder so ein Scheiß. Mann. Ich hab wieder das beste Team vor dem Herrn. Oh. Was sieht er da? Oh, gut. Dann rennen wir da mal hin. Das ist meine Sonde. Sonde, Mond und Sterne. So, Kornade. So, nicht. Na, ich weiß nicht, ob das so klug ist, hier zu stehen. Weil die ja Sniper haben. Und Scoutgewehr. Und ich stehe hier mit einem Automatikgewehr. Das ist jetzt nicht so gut. Ich versuche mal... Ja, genau. Hier zu decken. Da ist er auch schon. Ja. Uh. Ja, knapp und komm. So kann man es nennen. Nein, 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 nein. Leute. Warum? Ich weiß nicht, warum, aber ich hab's einfach mal geworfen. Boom. In your face, bitch. Jawohl. Es gibt ein neues Relikt. Na los. Ja. Und ich bin natürlich... Na, gar nicht mal so weit entfernt. Wollte mich erst beschweren. Ich bin natürlich am Arsch der Welt. Hallo. Guck ich hoch oder wird er weg? Ist von meinem Typen. Ist das nice. Alter, lass das mal. Boah, der hat mir mein Licht entzogen, der Sack. Loll. Die Dinger stehen immer da. Ich weiß, wahrscheinlich denke ich, dass ich gerade so... Was ist das für eine Faggot hier? Aber ich dachte echt, dass die immer nur spawnen. Oh. Wo kommt denn her? Sneaky Bastard. Oh. Ich dachte immer, dass die erst spawnen. Aber die scheinen dauerhafter zu stehen. Das war mal wieder Fail. Pro Video ein Fail. Muss so sein. Sonst wären wir nicht wir. Nein! Nein! Ich bin der Ritter. Ich taufe dich zum Ritter von Leck mir die Nudel. Komm zurück, du Wichser! Ja, so nicht. Okay. Nein! Ich hätte in der Rang gehen sollen. Hallo! Ah, scheiße. Aber ich habe ihn gekriegt. Wie schnell ich da tot war. Feindliche Sonne gestört und eliminiert. Ah, du bist wirklich gestört, mein Freund. Ich aber auch. Hehehe. Hehehe. So, Momentchen. Okay. Auf einmal sind sie doch alle hier. Oh. Es gibt ein neues Welling. Oh. 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 Scheiße. Boah, hätte ich den richtig erwischt. Der wäre sowas von weggeflogen. Wie ein Vogel, der in den Süden fliegt, wenn es kalt wird hier. So. Ich weiß, meine Vergleiche können alles. Es sind einfach die Besten. Oh. 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 Was haben sie davor? Mister. Sie wollen sich doch nicht mit mir anlegen. Okay. Vielleicht echt nicht. Wow. Einfach umsonst geused den Shit. Ja. 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 Ich habe es gewusst. Also auf einem halben Weg, als ich unterwegs war, habe ich es gewusst. Die wollten mich da anlocken, damit sie da genügend Zeit haben, den Shit zu defusen. Aber da konnte ich den ersten noch wegholen und mein Team hat dann beim zweiten versagt. Also, naja. Oh. Passiert halt mal. Ach, nö. Kein Fuck. Kein Fuck. Ich bin schon wieder der Beste aus meinem Team. Was ist denn hier los? Aber die Runde spiele ich eigentlich auch gar nicht so schlecht. Also, so ein, zwei Kills, wer die schon am Ende zusammen haben. Nee. Ja. Pest. Nee. Ja. Erstmal so, nee, zu ihm, dass er die nicht kriegt. Und dann habe ich ihn gekillt und dann, ja. Nee. Ja. Oh. Nee. Scheiße. Ach, Team. Kommt. Jetzt heißt euch doch mal zusammen. Ich mach ja nur Kartoffelkürze. Ich weiß zwar nicht, was Kartoffelkürze ist, aber... Ich schieße wie ein besoffener Onkel, der gerade... ...Panna-Bäre streichelt. Die Sonder ist Aktivhüter. Wir müssen sie aufhalten. Der Sieg ist ganz nah. Ja, für die Gegner ist aber auch nicht so weit. Nee, mal regenerieren. Sonst bin ich gleich schnell weg. Hui. Nein. Boah, da habe ich ihn... Oh. Ihre Sonde ist aufgehalten. Gute Arbeit. Nice. Erstmal ein bisschen abspacken. Boah. Ja, le. So. Unbesungener Held. Boom. Jumpshot. Oh. Aber den einen, den habe ich gekriegt. Das war nice. Ja, an manchen Stellen war das doch ganz schön spannend, aber... Dann haben wir uns... Äh, Ritzenend... Letzten Endes doch durchgesetzt. Jawohl, 16 Kills. Wann hat Falkantara13 dann bitte 16 Kills gemacht? Und warum kriegt er ein legendäres Entgramm und ich kriege hier so ein Shit? Wow. Wobei ich auch aus legendären Entgramm irgendwie nur Scheiße kriege. Also irgendwie... Vor allem in letzter Zeit, da kriege ich echt nur noch Sachen, die ich nicht gebrauchen kann, die mich nicht verbessern. Aber das soll nicht eure Sorge sein. Ähm, ich verabschiede mich hier. Das ist eure Sorge. Das ist eure Sorge gefallen. Und wenn ja, dann würde ich mich sehr über ein Like freuen. Und dann sehen wir uns auch hoffentlich wieder im nächsten Video. Tschüss.